Warte mal. Das ist mir grad so dumm gewesen, ja. Ja, so hat noch Schreuzflinte jetzt, ja. Mal gucken, ob wir ein bisschen vorankommen jetzt. Pantherwagen von Regale-Kampfteam 1 soll Feuer einstellen, over. Schreuzflinte mit Reutpunkt-Visier. Wow, das ist eine böse Schreuzflinte. Ja, das ist wirklich gut hier. Im Gegensatz zu mir schon wieder. Jetzt zappelt ihn dort noch. Okay, das ist mir halt noch. Okay. Panther 2.1. Beinde an der West-Ecke des Kiffen-Stops nehmen die Regierungszone unter Beschuss. Over. Verstanden, Overlord. Rücken in Kiffen-Stopp vor. Ende. Oh, ja. SoSMF, das ist ein Block. Oh ja, so viel z atem came up. Oh, das ist ja noch los. Oh ja, das ist ja noch los, jo. Es ist ja noch los. die Uhr das das Schaltgarten benutzen Waffen Durch nebenher. Hier kommt bestimmt kleiner in die Ecke. Hinten gehts da auch lang. Wow. Oh, was? Diese Wichser, die verstecken sich hier. Ganz schön nervig. Au. Ich denke, hier ist mein Team. Was machen die denn? Sind die denn die Kräfte vorbeigelaufen? Die sind doch nicht ernsthaft gerade an den 3 Sildorten vorbeigelaufen, oder? Okay, das wird doch nicht meine. Und... Ja, schießt hier. Ah, hier. So, du bist tot. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, ehrlich. Also... Weil... Ich bin ja gerade ganz schön... Hier war das Arschloch. Oh. Mach du den Müll da drinnen. Was machen die denn hier draußen? Was machen die denn hier draußen? Au. Wow. Wow, die Heilzeiten sind so ganz schön lange mittlerweile hier. Ich weiß nicht, ob das von Level zu Level mehr wird. Und jetzt... Und jetzt... Der hat es mittlerweile tot hier. Also... Wir werden gleich noch in die Ecke gestürmt kommen. Gut. Das hätten wir geschafft. Und das hier... Ich glaube... Hm. Aber dann hier noch. Wo ist der Westen? Okay, alles klar. Wirst du was jetzt machen mit diesen Idioten? Du wirst gleich sterben. Ich höre mir das Ding verreckt. Oh, der noch so schön ist hier. Ich höre mir das Ding verreckt. Oh, der noch so schön ist hier. Ja. Ja. Ich hoffe, ich mache noch mal zwischen. Ich hoffe, ich mache noch mal zwischen. Und alle. Beide im Westen versuchen einen konzentrierten Angriff auf die Evakuierungszone ab Washington Monument. Wow. Was habe ich denn jetzt getroffen? Einen Hubschrauber? Eigentlich wollte ich... Ja, das Ding da hinter treffen. Da fliegt man zufällig einen Hubschrauber vorbei. Vorbei. Auch nicht schlecht. Naja, okay. Werden wir mal ein bisschen Scharfschützen. Ich weiß gar nicht, wer mich hier oben schießen soll. Höh. Hör. 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 Ich habe nicht gesagt bin ich gerade leicht überfragt hier. Was soll ich denn verschießen? Hör, ich bin echt gerade noch überfragt hier. So, Merit! Ah, okay. Ah, da hinten. Okay, alles noch.